Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute wieder mit einer kleinen Gespielt-Folge. Ich möchte euch wieder fünf Spiele vorstellen, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe. Und ich fange auch direkt mit dem ersten Spiel an, denn ich habe mal wieder Disney Locana spielen können. Ich habe zwei Starter-Packs von der neuen Episode Tintenlande zugesendet bekommen von Ravensburger und die musste ich dann natürlich auch direkt ausprobieren. Und es hat mir wieder wirklich gut gefallen. Was neu ist jetzt an den Tintenlanden ist, dass es jetzt Orte gibt, die Legenden sammeln. So ein Ort hier, zum Beispiel hier das Herrenhaus, das Deville-Herrenhaus. Die könnt ihr einfach quasi ausspielen wie ganz normale Charaktere auch. Und wenn ihr am Anfang eures Zuges so ein Ort bei euch in der Auslage liegen habt, dann sammelt der Legenden. Das Ziel ist natürlich immer noch, 20 Legenden zu sammeln. Und ja, die Orte funktionieren. Man kann auch Charaktere an diese Orte schicken. Es gibt wohl dann auch, wenn man nicht diese Standardorte hat, noch verschiedene Kombinationen und Fähigkeiten, die man dann irgendwie ausführen kann. Jetzt in den Starter-Packs waren nur Orte dabei, die eigentlich nichts machen. Also da kommt es dann auf den Charakter an. Es gibt zum Beispiel Charaktere, die, wenn sie sich zu einem Ort bewegen, noch mal mehr Angriff haben oder sowas ähnliches. Es hat mir wirklich wieder gut gefallen. Ich finde, Disney-Locana ist wirklich so ein, ja, so ein sehr entspanntes TCG, weil es gibt einfach nicht so unendlich viele Regeln. Es gibt noch nicht so unendlich viele Karteneffekte. Man hat immer noch einen ganz guten Überblick. Wenn man natürlich Magic irgendwie kennt oder auch andere TCGs, die ein bisschen tiefer gehen, dann kann es natürlich sein, dass die Komplexität so ein bisschen, dass einem die fehlt. Aber ich finde, so ein bisschen zum Reinkommen in TCGs und, ja, festzustellen, was können TCGs, was machen TCGs, in welche Richtung kann ich bei TCGs meine Decks bauen, funktioniert Locana wirklich gut. Ich habe dann auch mit einem Kumpel gespielt, Tschöne Grüße an dieser Stelle an Markus. Der hat mir dann noch ein, zwei Decks von sich gezeigt und das sind dann keine Starter-Decks gewesen. Und da, ja, erkennt man dann auch schon ein bisschen, dass man mit den Starter-Decks nicht besonders weit kommt. Und ich habe mir sagen lassen auch von ihm, dass es tatsächlich bei den Starter-Decks so ist, dass derjenige, der beginnt, einfach fast immer gewinnt. Das war jetzt tatsächlich so bei unseren Partien. Ich kann aber nicht beschwören, dass das immer so ist. Aber man erkennt an den Starter-Decks doch ganz gut, wohin die Reise gehen kann. Also das eine Deck, was ich gespielt habe, das geht einfach darauf, dass man ganz viele kleine Charaktere hat und die bauen dann aufeinander auf. Dann haben wir dann irgendwie einen Pluto drin. Der Pluto kann dann nochmal, ja, Tinte sparen beim Ausspielen. Das heißt, man fügt quasi während der Partie gar nicht so viele Tinte seinem, ja, seinem Vorrat hinzu, sondern versucht mit möglichst wenig Tinte trotzdem viele Karten auszuspielen. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann, ja, gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, seine Decks zu bauen. Man kann coole Decks bauen, wo man ganz viele Karten zieht. Man kann coole Decks bauen, wo man irgendwie möglichst, ja, seine Tinte hochrammt. Also, ja, ich muss sagen, es ist immer noch ein cooles Ding. Und, ja, der einzige Grund tatsächlich, warum ich da einfach nicht deep drin bin, ist, dass es mir dann am Ende zu teuer ist. Dafür spiele ich einfach zu gerne unterschiedliche Sachen. Und, ja, so halbherzig das irgendwie sammeln, da wäre ich wahrscheinlich der Falsche für. Deswegen, ja, belasse ich es wahrscheinlich einfach bei diesen Starter-Decks immer oder schaue mal so in den einen oder anderen Booster noch rein. Aber so richtig, ja, tief drin werde ich, ja, so tief rein werde ich nicht gehen, egal in welcher Episode wir sind. Aber ich gucke es mir dann trotzdem immer mal wieder gerne an, was so in den einzelnen Episoden neu ist. Ja, und dieses Mal waren es die Orte. Die funktionieren wirklich gut. Hat mir wirklich gut gefallen. Das zweite Spiel, von dem ich euch berichten möchte, das ist Sideboard. Sideboards ist ein kleines Absacker-Filler-Starter-Spiel, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, von NSV. Und bei Sideboards geht es darum, Schubladen nebeneinander anzuordnen und dann mit diesem Schubladen möglichst die entsprechenden Muster der Zielkarten abzubilden. Das ist ein Drafting-Spiel, also wir haben Handkarten auf der Hand und dann müssen wir immer eine Handkarte auswählen. Die müssen wir bauen in unsere Reihe von acht Karten, die wir am Ende da liegen haben. Und eine Karte müssen wir weitergeben und dann ziehen wir quasi immer noch eine Karte. für den nächsten Zug, sodass wir quasi immer aus zwei Handkarten wählen können. Und ja, auf diesen Karten sind solche Schubladen abgebildet. Es gibt, glaube ich, fünf Schubladen übereinander. Und dann gibt es drei Zielkarten, die aufgedeckt werden am Anfang des Spiels. Und die bestimmen dann, was wir erreichen wollen. Da wollen wir bestimmte Farben in bestimmten Kombinationen nebeneinander haben. Dann haben die Schubladen und außer unterschiedliche Farben noch unterschiedliche Knöpfe. Das heißt, es gibt auch Zielkarten, bei denen wir Knöpfe bestimmt anordnen wollen. Wir wollen da noch möglichst lange Reihen von gleichen Farben bilden. Ja, und dann, wer nach acht Karten quasi die Muster am besten erfüllt hat und da die meisten Punkte geholt hat, der gewinnt. Grundsätzlich eigentlich ein ganz cooles Game, aber irgendwas stört mich daran. Ich weiß nicht, ob es so dieser Faktor ist, wenn, ja, wenn ich eine Karte bekomme oder wenn ich irgendwie nur Karten habe, die mir überhaupt gar nicht helfen, mein Muster auszubauen, egal wie rum ich sie lege, weil ich kann halt einfach ja immer nur links oder rechts an meinem Sideboard anbauen. Das heißt, ich habe im Grunde genommen, jede Karte kann ich noch um 180 Grad drehen, irgendwie acht Entscheidungen, die ich treffen kann. Also zwischen acht verschiedenen Dingern kann ich mich entscheiden. Und wenn dann aber nie was dabei ist, egal wie rum ich es drehe, wende, was mein Muster irgendwie aufbauen lässt oder mit dem ich irgendwie Punkte holen kann, dann ist es doch schwierig und dann wirkt es sehr frustrierend und sehr glücksabhängig, muss man sagen. Allerdings haben wir es auch tatsächlich nicht so gespielt, dass wir dann auch darauf geachtet haben, was wir für eine Karte wie dem anderen geben. Da kann man natürlich dann auch noch drauf achten, da kann man das, kann man natürlich dann hart optimieren, muss man sagen. Aber dafür ist es dann eigentlich zu sehr ein Filler, Starter, also zu sehr ein kleines Spiel, als dass ich da stundenlang grübeln möchte, wie ich eigentlich diese Karte da hinlege. Ja, auf der einen Seite irgendwie eine nette Idee, aber so richtig gefunkt hat es tatsächlich bei dem Spiel nicht. Das dritte Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist mal wieder Dead Reckoning. Das kam nach sehr langer Zeit mal wieder auf den Tisch. Ich habe so eine kleine Hass-Liebe-Beziehung zu diesem Spiel. Die ersten Partien liefen wirklich grausam. Wir hatten sogar mal eine Partie, die wir abgebrochen haben, weil ich so frustriert war von diesem Kampfmechanismus. Gestern lief der Kampfmechanismus auch nicht besonders toll, aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Es war eine ganz tolle Partie, vor allen Dingen, weil wir am Ende so dicht beieinander lagen. Wir hatten dann 78, 79 und 80 Punkte und das hätte ich niemals gedacht, vor allen Dingen, weil wir auch teilweise wirklich sehr unterschiedliche Strategien hatten. Dead Reckoning ist ein Spiel, bei dem wir ein Card-Crafting-System haben. Das ist wirklich toll. Wir haben zwölf solche, ja, Matrosenkarten, also, wie nennt man das, Leute, die auf dem Schiff arbeiten, Besatzungskarten. Genau, zwölf Besatzungskarten haben wir auf der Hand und die sind alle auf Stufe 1 und die sind alle in solchen Sleeves und dann können wir nach und nach uns Verbesserungen holen und die dann in unsere Kartenhüllen stecken, sodass unsere Besatzungsmitglieder dann noch zusätzliche Boni bekommen. Wir bekommen damit zusätzliche Symbole, zusätzliche Aktionen und wir können die quasi verbessern. Zusätzlich können wir jedes Besatzungsmitglied oder beziehungsweise ein Besatzungsmitglied immer am Ende unserer Runde oder am Ende unseres Zuges nochmal aufwerten, sodass sie dann besser werden. Damit bekommen die neue Fähigkeiten, damit werden Fähigkeiten verbessert, sie bekommen mehr Symbole und so weiter und so fort. Und dann ist das Ganze quasi, ja, eine Art Deckbuilding. Also wir haben immer, wir ziehen immer eine bestimmte Anzahl von Karten und wenn wir dran sind, können wir die alle ausspielen und dann können wir mit diesen Symbolen, die wir da haben, können wir da unsere Segel setzen, wir können irgendwo angreifen, wir können Geld sammeln, wir können irgendwo produzieren auf irgendeiner Insel und dann geht es darum, möglichst viel Geld zu sammeln, was wir hauptsächlich dadurch tun, dass wir Kontrolle auf Inseln haben und auf diesen Inseln Geld produzieren oder Münzen produzieren und diese dann nach Hause bringen beziehungsweise unsere Inseln einfach schützen. Wir können das Geld nämlich auch da lagern. Und ja, es ist echt ein cooles Ding. Also wir hatten einen, der auch tatsächlich komplett auf Schiffsverbesserung gegangen ist, der hatte am Ende so viele Kanonen, dass man sich nicht mehr getraut hat, ihn anzugreifen. Wir haben dann relativ schnell, ja, die Inseln besetzt, haben dann relativ schnell diese Vor-, also diese Gebäude drauf gebaut. Man kann ein Vor- darauf bauen, man kann da so eine Kanone drauf bauen und so ein Produktionsgebäude. Dadurch wird es dann schwieriger, die Inseln, ja, wieder einzunehmen für die anderen Leute. Man kann dann quasi keinen Einfluss auf die Inseln ausüben, solange diese Gebäude da noch stehen. Das hilft einem einfach, das zu sichern. Das war ziemlich cool. Dann haben wir, ja, doch relativ oft gekämpft. Man kann sich, ja, auch noch, man kann ja auch gegen Handelsschiffe kämpfen. Man kann halt gegen diese Gebäude kämpfen. Und das war wirklich ein ziemliches munteres Durcheinander, muss man sagen, was so die Taktiken angeht. Und dass wir dann am Ende tatsächlich so nah beieinander waren, hat mich ein bisschen gewundert. Ich glaube, auch der eine oder andere hat ein paar Sachen sich nicht genommen oder, ja, es war dann, ja, also wenn man ganz genau sein wollen würde und irgendwie alle Züge wahrscheinlich zurückverfolgen müsste, dann wäre es wahrscheinlich nicht so eng ausgegangen. Dann hätte ich tatsächlich wahrscheinlich nicht mit einem Punkt gewonnen. Ja, aber wir haben, das kann man jetzt tatsächlich nicht mehr nachvollziehen, muss man einfach sagen. Hm, naja, auf jeden Fall hat es trotzdem Spaß gemacht, egal wie es dann am Ende ausgegangen wäre. Aber der Kampfmechanismus, das war wieder so ein Ding, wo ich sagen muss, hm, ich weiß nicht so recht. Ja, es ist einfach ein sehr hoher Glücksfaktor dabei. Es war dann, also erstmal ist es so, dass wir, wenn wir gegen diese Handelsschiffe kämpfen, wir wissen nicht, mit wie vielen Würfeln diese Handelsschiffe würfeln. Das heißt, wir, ja, können das nur ahnen, je nachdem, in welcher Reihe diese Karte liegt. Aber selbst in der ersten Reihe war dann ein Handelsschiff, was irgendwie mit vier oder fünf von diesen Würfeln gekämpft hat. Und da sieht man dann natürlich mit einer oder zwei Kanonensymbolen und selbst mit ein oder zwei Würfeln sehr alt aus. Es kann aber auch sein, und das hatten wir auch, dass man, keine Ahnung, man kämpft mit fünf Würfeln gegen ein Würfel und man verliert halt trotzdem. Und das ist natürlich relativ unwahrscheinlich, aber es kann passieren und das ist dann einfach sehr ärgerlich, weil man ja dann halt nicht diese Karte bekommt. Man bekommt dann zwar noch einen Bonus, man kann dann irgendwie noch eine Stufe aufsteigen, wenn man gegen diese Handelsstiffe verliert. Aber auch im Kampf Schiff gegen Schiff ist es einfach ein sehr hoher Glücksfaktor, ist ein sehr hoher Unsicherheitsfaktor dieses Kämpfen. Deswegen, ja, haben wir dann auch später einfach eher so kalter Krieg gespielt, weil wir eh wussten, okay, das kann irgendwie in alle Richtungen ausschlagen. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dieser Kampfmechanismus mit diesem Würfeln und diesem Schiff. Das sieht alles ganz toll aus, aber ich weiß nicht, ob man das nicht hätte vielleicht anders lösen können. Das würde ich sagen, ist so der größte Negativpunkt, den ich an diesem Spiel finden kann. Ansonsten finde ich es grandios. Grandioses Material, sieht grandios aus, ganz toller Mechanismus zu diesem Cardcrafting. Also spiele ich immer wieder gerne, Dead Reckoning. Eines meiner Highlights, würde ich fast sagen, diesen Monat. Das waren die ersten drei Spiele und bevor es weitergeht mit den nächsten zwei Spielen noch ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Es ist ja so, dass dieses hier die Gespielfolge 99 ist und wir nähern uns der 100. Gespielfolge in großen Schritten. Ich hatte es schon im letzten Video kurz angekündigt und möchte euch heute nochmal daran erinnern. Und zwar möchte ich, dass ihr quasi Regie führt in der 100. Gespielfolge. Das bedeutet, ich möchte gerne, dass ihr mir die Spiele vorschlagt, die ich in dieser Gespielfolge vorstellen soll. Ich habe schon das ein oder andere Spiel von euch als Vorschlag bekommen. Ich habe hier zum einen ein Google Forms Formular in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch gerne eintragen. Ihr könnt mir aber auch eine E-Mail an kontakt-at-boardgame-punter.de schreiben. Oder ihr könnt auch einfach einen Kommentar lassen. Den sehe ich natürlich auch. Und ja, ich versuche dann die Spiele so schnell wie möglich irgendwie zu spielen. Ich versuche sie mir irgendwie zu besorgen oder sie vielleicht irgendwo mitzuspielen. Das eine oder andere habe ich auch schon besorgt. Ihr habt den einen oder anderen Vorschlag schon gemacht und es sind sehr viele interessante Dinge schon dabei. Und je nachdem, wie viele Vorschläge dann kommen, müssen wir mal gucken, wie lang die Folge wird. Vielleicht mache ich eine XXL-Folge. Vielleicht teile ich das dann in zwei Folgen. Ich muss mal gucken einfach. Ich würde mich auf jeden Fall über eure Beteiligung freuen und bin sehr gespannt, welche Spiele euch interessieren. Es können tatsächlich auch ältere Spiele sein. Es können brandneue Spiele sein. Ich versuche irgendwie an alles meine Finger zu bekommen. Und falls ich es gar nicht schaffe, dann werde ich mich trotzdem so ein bisschen über die Spiele informieren. Und ja, aber ich glaube schon, dass da so einiges möglich ist. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Also macht auf jeden Fall mit. Und ja, an dieser Stelle dann wie immer natürlich noch, wenn euch dieses Video gefällt oder auch die anderen Videos, die ich noch so auf meinem Kanal habe, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir für die Videos einen Daumen nach oben da lasst. Und ihr solltet definitiv auch noch ein Abo hier da lassen, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Macht die Glocke einfach an. Dann seid ihr sorgenfrei unterwegs. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Dann haben wir mal wieder eine Partie Welcome to the Moon gespielt. Und ja, es hat mich tatsächlich nicht so aus ohne Hintergedanken gemacht. Denn ja, ich möchte ganz gerne tatsächlich meinen H-Index ein wenig erhöhen. Ich weiß nicht genau, ob ihr alle wisst, was der H-Index ist. Ich habe mir das auch erklären lassen. Und zwar, ich track ja meine ganzen Spiele immer in der BG Stats App. Und da gibt es einen Statistikwert, nämlich den H-Index. Und dieser H-Index war bei mir bei All Time, seit ich quasi tracke. Und das ist halt, am Anfang habe ich nicht so genau getrackt. Deswegen ist das auch ein bisschen verfälscht. Und manche Sachen trackt man ja auch irgendwie nicht immer. Diese kleinen Sachen vor allen Dingen, wo man dann mehrere Runden schnell spielt. Aber das Spiel nur einmal trackt. Auf jeden Fall, seit ich das trackt, habe ich einen H-Index von 13 gehabt. Und jetzt versuche ich den so ein bisschen hoch zu pushen, was relativ schwierig ist. Der H-Index bedeutet quasi bei 13, ich habe mindestens 13 Spiele 13 Mal gespielt. Aber ich habe nicht 14 Spiele 14 Mal gespielt. Und Welcome to the Moon ist eines dieser Spiele, bei denen ich ja so um die 12, 13 Partien bin. Und es ist relativ, ja es macht sehr viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Und es kommt mir dann ganz gelegen, dass dieses Spiel auch meinen H-Index so ein bisschen erhöhen könnte. Auf jeden Fall werde ich jetzt immer mal wieder so eine Partie wieder einstreuen, um ja so ein bisschen meinen H-Index auch erhöhen zu können. Vor allen Dingen, weil mir bei Welcome to the Moon auch noch so einiges fehlt von diesen ganzen Kampagnen-Sachen. Da gibt es noch so coole Sachen, wo man seine, da kann man die Boards halt noch so leicht verändern, irgendwie neue Regeln reinmachen und so. Und ich finde es einfach tatsächlich auch das Beste von den Welcome to Spielen bisher, weil es einfach die größte Flexibilität bringt. Es ist halt ein Flip and Ride, bei dem wir in unterschiedlichen Szenarien, also es gibt quasi acht unterschiedliche Szenarien, immer Nummern eintragen müssen in bestimmte Felder. Das muss meistens dann, hat das, das hat meistens dann irgendwas damit zu tun, dass es aufsteigend sein muss. Und ja, wer das irgendwie am schlauesten macht, am besten macht, die irgendwie noch andere Symbole sammelt, je nachdem, was für Karten dann noch so aufgedeckt werden, der gewinnt dann. Und es ist ein sehr schönes Absacker-Spiel, finde ich, ein sehr schönes, wobei Absacker ist fast schon ein bisschen mehr als ein Absacker-Spiel. Aber ich finde trotzdem, dass man es so ganz fluffig mal rausspielen kann, vor allen Dingen, weil die unterschiedlichen Szenarien auch unterschiedlich komplex sind. Und ja, und das war so quasi der Grund, warum ich das mal wieder ausgepackt hatte. Und ich habe es nicht bereut, weil es einfach wirklich ein sehr gutes Spiel ist. Und dann haben wir noch ein paar Partien Terraforming Mars The Dice Game gespielt. Ja, es gibt mittlerweile ein Würfelspiel von Terraforming Mars. Die Marke Terraforming Mars wird ausgeschlachtet bis zum Letzten, habe ich so das Gefühl. Aber tatsächlich ist auch das Spiel gar nicht so schlecht. Ich mochte schon Aris Expedition und ich mag jetzt auch The Dice Game. Es ist ein bisschen einfacher, ein bisschen simpler. Es ist aber auch deutlich schneller gespielt als das normale Terraforming Mars und auch das als das Aris Expedition Terraforming Mars. Das ist, ja, wirklich fluffig. Also es läuft einfach so. Wir haben natürlich am Anfang wieder eine Company, die irgendwas kann, irgendeinen Spezialeffekt oder was. Und dann gibt es quasi unterschiedliche Würfel in unterschiedlichen Farben mit unterschiedlichen Symbolen. Und nun ist es so, wenn wir eine Karte bauen wollen und da gibt es ja wieder so rote Karten, die so Einmaleffekte haben. Es gibt blaue Karten, das sind Aktionskarten. Das sind quasi, können wir uns neue Aktionen mitholen, wenn wir sie aktivieren. Und es gibt Produktionskarten. Und die kosten nun Würfelsymbole. Und wir müssen nun quasi in unserem Pool Würfelsymbole sammeln. Wir müssen Würfel sammeln. Wir können auch, ja, bestimmte Würfel benutzen, um andere Würfel zu manipulieren. Und dann geben wir aus unserem Pool Würfel aus, um, ja, Karten zu bauen. Wir wollen natürlich wieder den, wir wollen irgendwie den Mars wieder terraformen. Wir wollen dort Plättchen legen. Wir wollen den Sauerstoff erhöhen. Wir wollen die Temperatur erhöhen. Und wir wollen natürlich wieder, dass diese, ja, äh, das Temperatursauerstoff und, ähm, die Anzahl der Waldfelder, äh, Ozeanfelder, Entschuldigung, ja, quasi, äh, hochgepusht wird, bis das Spielende erreicht wird. Und dann guckt man halt, wer dann die meisten Punkte erlangt hat. Und, ja, es macht Spaß. Also, es ist jetzt nichts Aufregendes. Es ist einfach, jeder spielt so ein bisschen auch für sich hin. Man macht super schnelle Aktionen. Man würfelt halt, nimmt sich Würfel, würfelt, gibt die Würfel schnell aus, holt sich neue Würfel, macht einen Auffrischungszug, zieht neue Karten hier und da. Ähm, hat so ein bisschen diesen Terraforming Mars Flare. Ja, aber ist natürlich wirklich runtergebrochen, ähm, auf die super, super Basics. Also, wer Terraforming Mars mag und Aris Expedition nicht so sehr mochte, weil es vielleicht ein bisschen zu seicht ist, ein bisschen zu wenig komplex, der wird bei The Dice Game auf keinen Fall Spaß finden. Aber wem, äh, The Aris Expedition vielleicht noch ein bisschen zu kompliziert, ein bisschen zu komplex, ein bisschen zu lang war, der sollte sich auf jeden Fall mal die Dice, The Dice Version angucken. Ich finde es ein cooles Ding und, ja, ich werde es ein paar Mal noch spielen, aber natürlich wird es irgendwie wahrscheinlich kein Dauerbrenner, da ich tatsächlich Aris Expeditionen noch einen Ticken besser finde. Das war es wieder mit den fünf gespielten Spielen für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben über die Spiele. Ihr hattet ein bisschen Spaß beim Video gucken. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß beim Video aufnehmen. Und, ja, falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch gerne noch ein weiteres Video. Ich hätte hier eine Preview zum aktuellen Kickstarter von Night Express. Ein, ja, ein Zugspiel, bei dem wir Nachtzüge und Verbindungen managen müssen. Ganz interessant. Schaut mal rein. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Vielleicht ist da was für euch dabei. Und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.